Am 12. November 2010 wurde allen Anwohnern, interessierten und zukünftigen Investoren die im Bau befindliche Geothermieanlage in Kirchweidach präsentiert. Hier realisiert die Frösche Geothermie GmbH zusammen mit der SEMAG das größte Geothermiekraftwerk in Deutschland mit einer Leistung von 10 Megawatt. Vor rund 5 Wochen war an dieser Stelle noch nicht viel mehr als eine Grube und eine halbfertig gegossene Bodenplatte zu sehen. Inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Der 350 Tonnen schwere und 40 Meter hohe Bohrturm wurde aufgebaut und die für die Bohrung notwendigen Logistikarbeiten sind abgeschlossen. Daher erwartet Florian Fritsch, Geschäftsführer der Frösche Geothermie, keine Risiken mehr für den Bohrbetrieb. Also wir haben heute die endgültige Bohrerlaubnis bekommen, das heißt das Bergamt hat die Bohranlage abgenommen. Geologisch haben wir auch keins mehr, durch die härtesten Schichten sind wir schon durch, die waren die ersten 100 Meter. Aber große Risiken sehe ich jetzt nicht mehr. Eine Anlage, die durch ihre schiere Größe beeindruckt. Erneuerbare Energien sind zeitgemäß und richtungsweisend für die Energieversorgung der Zukunft. Sie schonen Ressourcen und sind klimaneutral. Aber was macht gerade die Geothermie so besonders? Also noch ist die Geothermie ein, sagen wir mal, ein verbogener Schatz, volkswirtschaftlich gesehen in unserem Land. Aber in dieser erneuerbaren Energiequelle steckt viel Kraft, weil für die Geothermie spricht, dass sie verfügbar ist, dass sie Tag und Nacht verfügbar ist, zu allen Jahreszeiten verfügbar ist und sehr stabil nutzbar ist. Und deshalb liegt in dieser Quelle noch wirklich viel Potenzial für den zukünftigen Energiemix jenseits der tradierten Energiequellen. Aufgrund neuer Technologien im Bereich dreidimensionaler Seismik, aufgrund verbesserter Prozesse im Dampfturbinenbereich und insofern sehen wir hier auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial. Die Sonne schickt keine Rechnung, das ist bei der Geothermie genauso. Das heißt einfach, die Brennstoffe, die wir hier einsetzen, Geothermie oder im anderen Fall Solarthermie, dafür werden wir keine Rechnung gestellt bekommen. Weil das sind nämlich Brennstoffe, die unsere Umwelt, den gesamten Erdkreislauf nicht stören, die emissionsfrei sind, die vor allem auch nachhaltig sind. Während der Veranstaltung wurde auch das einzigartige Finanzierungskonzept, das die Frösche Gruppe mit der SEM AG aufgelegt hat, erörtert. Ein Konzept, das es jedem ermöglicht, sich an der Erzeugung erneuerbarer Energien zu beteiligen. Und das zum Nutzen der Umwelt, ohne dabei auf eine gute Rendite verzichten zu müssen. Die Chancen für solche Investments sind generell gut. Wenn man schaut, sind es gerade neben den Immobilienfonds mit deutschen Immobilien, Anlage, Instrumente aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die bei den Anlegern sehr erfolgreich sind. Es zeigt uns schon, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Es ist einfach die Zukunft, über die wir hier sprechen. Wir hatten es vorhin ja schon mal erwähnt, wir haben eine Energie gewählt, die nicht wetterabhängig ist in der Form. Heute hat es mal geregnet, dann jetzt ist keine Sonne da. Also wir sind unabhängig von diesen ganzen Vorgaben der Natur. Das Wasser ist in der Tiefe und es kommt. Und ich denke, dass wir jetzt auch bewiesen haben, dass wir solche Projekte durchführen können. Denn das ist jetzt in dieser Form, wie vorhin auch schon erwähnt wurde, das Größte seiner Art in Deutschland und wird sicherlich auch nicht das Letzte bleiben, weil es für uns eine Komponente der Sachwertanlage ist. Die können hier relativ einfach partizipieren. Sie kriegen eine feste Verzinsung, die im Moment, es schaut so aus, 7,25, 7,5 Prozent sich bewegen wird und damit doch deutlich über dem liegt, was sie heute im normalen Bereich angeboten bekommen. Und das Interessante ist natürlich, wir haben ja im Moment ein Problem, es nennt sich Inflation. Dieses gilt es auszugleichen. Wir werden jetzt die ersten sein, die mit einer Geothermie-Anleihe an den Markt kommen. Und Sie wissen es, es gibt den First Mover-Effekt, den haben wir. Wir haben ja die nächsten Anlagen auch schon in der Planung. Auch da wird die Finanzierung dann in Zukunft eben über dieses Anleihemodell folgen. Wir haben noch einiges im Köcher, da kann ich heute noch nicht drüber sprechen, aber wir können so gespannt sein, da kommt noch was. Geothermie, die Kraft, die aus der Tiefe kommt. Geothermie, die aus der Tiefe kommt. Geothermie. 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 Geothermie.